Willkommen zurück liebe Code Junkies zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit dem Thema Artificial Intelligence bzw Chatbot in C-Sharp schreiben. Heute wollen wir uns mal um die Windows-Size kümmern, das heißt minimieren, maximieren und normal. Ja das ist eigentlich wieder mal eine ganz einfache Sache. Gehen wir erstmal hier oben in unsere Commands, wie wir das schon kennen und immer machen und da brauchen wir natürlich direkt drei neue. Ich nenne die jetzt mal Vollbild, dann verschwinde und zeig dich. So, perfekt. Das ist jetzt quasi dann maximieren, minimieren und normal. Dann gehen wir runter in unsere Cases, die wir hier haben. Das ist meine normale Ansicht, die kennt ihr ja schon, diese eingeklappte Ansicht. Und erstellen uns erstmal ein neues Case. Das machen wir, wie wir das immer machen. So, das können wir uns dann direkt kopieren und zwei weitere Male einfügen, weil wir brauchen uns E3 mal. Und dann haben wir einmal Vollbild, einmal haben wir Verschwinde und einmal haben wir Zeig dich. Perfekt. Jetzt können wir auch direkt schon unser S-Speak nehmen. Ich habe das schon mal vorbereitet, damit ich nicht wieder so viel tippen muss. Pack das hier direkt einmal rein. Ich pack das gleich mal in alle rein. Zack. Das ist wieder unser S-Speak-Async. Dann füllen wir das irgendwie für Vorschauzwecke mit irgendwelchem Text auf. Und was wir jetzt theoretisch noch brauchen, ich füge jetzt noch einmal ganz kurz die Label für meine Form ein. Die sind nicht ganz so wichtig, wenn ihr vielleicht eure Form anders aufgebaut habt. Einfach nur der Kontinuität halber, damit das alles auch später auf meiner Website zu finden ist. Perfekt. Und was wir jetzt machen müssen, um quasi die Form verändern zu können, um der Form irgendwas bestimmen zu können, benutzen wir this.windowState ist gleich. Und jetzt brauchen wir FormState. Das ist maximized. Dann können wir das Ganze einfach nur kopieren. Dann funktioniert das alles noch ein klein bisschen schneller. Packen das nochmal hier rein. Für verschwinde benutze ich minimized. Und für das zeig dich benutze ich normal. So, wenn wir das alles gemacht haben, dann können wir unsere Anwendung auch direkt einmal starten und das Ganze ausprobieren. Wie kann ich dir helfen? Vollbild. Da bin ich. Ich bin groß. Verschwende. Okay, du willst mich wohl nicht mehr sehen? Zeig dich. Hier bin ich wieder. Ich würde sagen, das hat super geklappt. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja. Wir sehen uns das.